Moin, ich bin Björn und mache seit Herbst 2011 Parcours. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Hier in Hamburg gibt es regelmäßig Public Meetings, also so Workshops, wo man Parcours lernen kann. Und da gab es ein paar Leute, die haben gesagt, ja hier, ihr müsst unbedingt mal vorbeischauen. Dann kenne ich einen Kumpel aus Bergedorf, Dejan heißt er, und der wollte mit mir ein Video machen. Und hat einen Kumpel mitgebracht, der bei diesem Workshop mitgemacht hat und hat gesagt, ey, du musst dir den Workshop angucken. Ich denke so, ich komme hin und denke, Parcours ist mega geil. Ich habe zwar am Anfang nicht wirklich mitgemacht, auch nicht wirklich was verstanden, aber irgendwann wurde ich vom Kameramann zum Beobachter, zum Lernenden, habe mir was abgeguckt, habe es dann selbst probiert. Ja, und Parcours bringt Spaß.